Es ist klar, dass wenn sich da ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ins Boot mit einer nicht-evidenzbasierten Disziplin setzt, wie eben vorliegend Robert Schleip, der Faszienforscher, mit dem Yoga, dann hat es dann eine gewisse Ausstrahlung und wir finden tatsächlich auf dem Web viele solche Spuren, wo eben diese neuen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die auch mit Training, mit Sportmedizin, mit Medizin entsprechend eben dann auch in Verbindung gebracht werden können, müssen auch, weil es offenbar darum geht, dass man Fortschritte erzielen kann. Wenn man eben dorthin schaut, gibt es Neuigkeiten, die tatsächlich uns dann schlussendlich auch dienen und das ist ja der Sinn der Wissenschaft. Wir wollen wissen, ob da etwas wirkt, ob etwas auch besser ist als das Bestehende. Nur dann hat es dann auch einen Sinn, sonst würden wir ja dann beim Bewerten bleiben.